Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn Lüscher 4-2 gegen Luzern hättest du dir die Heimpremiere besser vorstellen? Nein, sicher nicht. Schlussendlich sind wir froh über den Sieg zu Hause. So wollten wir hier in unserem Brückchenfeld starten. In diesem Abend ist es uns ganz gut gelungen. Ein turbulentes Spiel. Wir sind früh in Rückstand geraten. Wie behalten wir die Nerven? Ja, wir müssen ruhig bleiben. Man sieht, die Fehler von uns in der Defensive werden knallhart bestraft. Und an dem müssen wir weiter arbeiten. Wir bleiben über den Kampf und das ist uns sehr gut gelungen. Ihr habt das Spiel dann ziemlich spektakulär gekehrt. Wie sind ihr so stärker geworden? Ja, wir sind fast ein bisschen in Euphorie reinkommen. Ich glaube, es ist auch wie die Standardsituation fast zum einen Gold geführt. Und das ist sicher jetzt optimal aufgegangen. Das war auf Fallen, dass drei von vier Goals nach Standart, also nach Eckball gefallen sind. Habt ihr das speziell trainiert? Ja, wir üben das sicher alle Wochen. Und es muss auch eine Waffe werden von uns, dass wir so zu den Goals kommen können. Wie gesagt, heute hat es gut geklappt. Was hat euch René Weiler in der Halbzeitpause noch mitgegeben für die zweite Hälfte? Ja, dass wir mittendrin die ganze Mannschaft konzentriert und defensiv scharpe, kompakt stehen. Und dass wir nicht so einfach gegen ein Goal kommen dürfen. Wir haben wirklich die ganze Mannschaft defensiv gut gescharpert. Und das war gut. Das Bröcklifeld war heute ausverkauft. Wie war es vor dieser Kulisse zu spielen? Ja, sehr schön. Wie gesagt, bei uns im Bröcklifeld sicher eine spezielle Atmosphäre. Das haben wir zu unseren Gunsten ausnutzen können. Und das ist super die Atmosphäre. Danke vielmals. Also, wir legen los. Wir warten nicht zu lange. Wir blüzen miteinander. Pressekonferenz 17.11.10.14.2. Ich möchte ein Wort dem Carlos Bennett geben. Jetzt sind wir mit der Maman Luise zu René. Gratulation Amaro für den Sieg. Ich denke, aufgrund des Verlaufs der letzten Jahre, wir haben das verdient gehabt. Eigentlich ist das Spiel auf unserer Seite so gestartet, nach acht Minuten Führung und Gehen auch schwer. Es hätte noch die Gelegenheit gegeben, viel, viel, viel besser das zu verwalten. Wir haben das nicht gemacht. Zu viel ektisch, zu viel Fehlpass, die Wege nicht erkannt. Richtung englische Tor. Und dazu kommen, dass das nach klein, nach dem Ball, Verlust auf solchen stehenden Bällen, so sich verhalten, ist natürlich doppelt so ärgerlich. In der Schwalte Alsa haben wir das korrigiert, haben wir viel mehr so gespielt, wie wir uns das vorstellen. Aber mit diesen Ergebnissen konnte Harau auf diesem Spiel, das er entwickelt hat, sich positionieren. In der eigenen Hälfte, auf Konter, Lauer. Und von daher war das Spiel, wie gesagt, in der FC Alsa schon entschieden, mit diesen stehenden Bällen, die sicher reagiert sind. Herzlichen Dank dem Trainer vom FC Luzern, René Weiler. Nach dem Match in Basel war mir noch nicht ganz sicher, wie stark sie zu unserer Mannschaft ist. Wie ist es rausgekommen? Bist du zufrieden? Das kann man nach dem heutigen Match noch nicht sagen. Aber ich denke, der Sieg tut uns allen gut. Gerade vor allem mit unserem eigenen Stadion, wo wir unser Stadion voll hatten. Ich glaube, jetzt sind wir in der Super League ankommen. Und haben dementsprechend auch die ersten Pünfte gemacht. Die erste Halbzeit beim ersten Goal relativ naiv uns angestellt. Wir haben unser Heil eigentlich eh der Offensive gesucht. Wir haben dann zum guten Glück, da braucht es einmal das Wettkampfglück dazu, das 1-1 und das 2-1 schiessen können. Und sind dann richtig gehend in den Rausch reinkommen. Und haben eigentlich in der ersten Halbzeit noch einen fantastischen Match gezeigt. Ich denke, die Effizienz kann herausstreichen, was Carlos Benneger schon gesagt hat, bei den stehenden Bällen. Das war natürlich auch eine Vorragung. Und ich bin glücklich und froh von uns alle zusammen hier in Aarau, dass wir den ersten Sieg in der Super League machen können, wo es sicher einen Mund wird geben. Aber der Weg wird genau gleich weitergehen. Das sind die ersten drei Punkte gegen den Abstieg gewesen. Und die nehmen wir natürlich gerne entgegen. Aber wenn ihr werdet, danke vielmals. Und wenn ihr werdet, danke vielmals. Ich werde euch natürlich hinmeldecken.